Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Vlog. Ja heute geht es darum, um ein kleines bisschen ernsteres oder blödes Thema, sagen wir mal so. Und zwar habe ich jetzt in letzter Zeit öfters Probleme mit YouTuber. Und zwar liegt es daran um die Kommentarfunktion. Und zwar, hier zum Beispiel schreibt Han, der schreibt wirklich total oft. Er schreibt mir unter jedes Video eigentlich und deswegen mache ich eigentlich auch das Video wegen dir. Er schreibt mir unter jedes Video Kommentare und er beschwert sich zurecht auch, warum ich nicht zurückschreibe. Das liegt aber daran, ich kann dir nicht antworten. Ich habe keine Antwortfunktionen hier. Ich kann da nicht antworten. Ich weiß nicht wieso, bei jedem anderen steht antworten. Ich kann dir keine Antwort geben. Und das ist auch das Problem oder auch der Grund, warum ich dir nicht antworte. Ich würde dir gern antworten. Beim letzten Video auch habe ich dann einen Kommentar verfasst mit deinem Namen drin und so weiter. Ich habe gedacht, dass es dann da irgendwie geht und so. Aber es geht nicht. Ich weiß nicht wieso. Wenn da jemand eine Idee hat, wie ich das umgehen kann oder woran das liegt, würde ich mich mega freuen, wenn mir das jemand sagen könnte. Denn wie gesagt, ich würde dir ganz gerne auf deinen Kommentar antworten, aber es geht leider nicht. Ich kann bloß Daumen runter oder Daumen hoch geben. Und das ist natürlich auch nicht das in der Sache. Deswegen bitte ich um Kommis bezüglich dieses Problems hier. Und bitte sei mal nicht böse, wenn ich nicht antworte. Wie gesagt, es geht nicht anders. In diesem Sinne nur ganz kurz von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dieses Video ist eigentlich nur ganz kurz und wird wahrscheinlich auch vielleicht nicht lange online sein. In diesem Sinne, euer Hoden ist für heute raus. Vielen Dank nochmal für 1000 Abos. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.